Auch wenn die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland gar nicht mehr so lange von uns entfernt sind, gibt es aktuell keine neuen Umfrageergebnisse. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen und vor allen Dingen Wochen ändern. Nichtsdestotrotz will ich aber mit euch heute in eines dieser drei ostdeutschen Bundesländer blicken, nämlich nach Brandenburg. Denn zum einen habe ich euch noch das jüngste Ergebnis von Inseln nicht vorgestellt, vom 16. Juli. Und zum anderen gibt es eine Besonderheit bei der Sitzverteilung, die greifen könnte in Brandenburg. Und das muss ich euch auf jeden Fall vorstellen, damit ihr da auch im Bilde seid. Ich wusste von dieser Regel tatsächlich bis vor kurzem noch nichts, aber habe dann durch aufmerksame Zuschauer Kommentare bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, dass es da eine Besonderheit in Brandenburg gibt. Und ja, deswegen will ich euch in diesem Video diese Besonderheit auch vorstellen. Ansonsten gilt, der Stand der Dinge für dieses Video ist der 4. August, also der heutige Sonntag. Und wir blicken vor allen Dingen auf das Ergebnis von Inseln. Das stammt, wie ich das schon gesagt habe, vom 16. Juli. Und da ist, zumindest was Rang 1 betrifft, alles beim Alten. Die AfD führt das Feld an. Sie hat 5 Prozentpunkte Forschung auf die SPD, 6 auf die CDU und 7 Prozentpunkte Forschung auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Also alles sieht momentan danach aus, dass die AfD ungefähr seit auf Rang 1 kommen wird. Mit den 24 Prozent liegt die AfD im Prinzip auf dem Niveau der letzten Landtagswahl. Da waren es 23,5 Prozent gewesen. Dann haben wir diesen Dreikampf um Rang 2. Die SPD hat momentan das beste Ende für sich bei Inseln mit 19 Prozent. Die CDU ist leicht dahinterliegend bei 18 Prozent. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht hat auch gute Chancen auf Rang 2. Wer aktuell wirklich vorne liegt, ist schwer abzuschätzen. Die SPD hat vielleicht den Amtsbonus, weil sie ja aktuell den amtierenden Ministerpräsidenten mit Dietmar Woid gestellt. Aber das ist keine Garantie dafür, dass die SPD vor BSW und CDU sein wird bei der Wahl. Also gut möglich, dass die SPD auch schlechter als Rang 2 innehaben wird nach der Wahl. Und für die SPD ist sowieso das Landtagswahlergebnis, das sich abzeichnet, eine Katastrophe. Zum einen steuert man auf ein historisches schlechtestes Ergebnis zu. Und zum anderen war die SPD bei Landtagswahlen seit der Wiedervereinigung immer auf Rang 1 gekommen. Und diese Serie wird sehr, sehr wahrscheinlich enden. Die CDU wiederum, die kann sich von dem historischen Tiefstand von 2019 zwar etwas erholen, aber nicht so viel und nicht so sehr. Und ja, möchte sie die Ministerpräsidentschaft übernehmen, dann muss sie auf jeden Fall mal die SPD hinter sich lassen. Und ja, vermutlich oder möglicherweise auch noch das BSW. Und das BSW wiederum, das kommt dann aus dem Stand auf 17% und vielleicht ja irgendwie noch auf Rang 2. Und damit hat das BSW auch ganz ordentliche Chancen, ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, die Ministerpräsidentschaft zu übernehmen. Also es könnte sehr, sehr spannend werden. Auf Rang 4 haben wir dann die Grünen, die dann schon mit deutschem Rückstand folgen. 7% sind es, das reicht, um wieder einzuziehen in den Landtag. Und die 5% dürfte sicher genommen werden. Bei Linke, bei den Freien Wählern und bei der FDP ist das mit dem Einzug in den Landtag so eine Sache. Die Linke hat 5% bei Insel, bei Infratest, Dimap sehen wir dagegen 4% und bei der Wahlkreisprognose 3,5%. Also es könnte auch knapp nicht reichen für die Linke und damit könnte sie erstmals aus dem Landtag rausfliegen. Und die Linke steuert generell auch auf einen historischen Tiefstand zu. Bei den Freien Wählern ist es so, ja mit den 4% scheitert man zwar an der 5%-Hürde, aber kann vielleicht durch das eine gewonnene Direktmandat dann doch einziehen in den Landtag. Und bei der FDP muss man sagen, da sieht es dann doch eher klar danach aus, dass man es nicht schaffen wird, in den Landtag einzuziehen. Man bleibt also bei der 8. Landtagswahl zum 6. Mal wohl unterhalb von 5%. Ja und die Sonstigen, die spielen, was die Sitzverteilung betrifft, keine Rolle. Wenn wir jetzt den Schnittwert vom Juli nehmen und das mal vergleichen mit der letzten Wahl, dann sehen wir, dass BSW hat das größte Plus dastehen, plus 16,5% Punkte und auch noch im positiven Bereich haben wir die CDU mit plus 2,9% Punkten. Sonstige und AfD halten das Niveau und die anderen Parteien verlieren. Vor allen Dingen Linke und SPD verlieren stark. Die SPD hat das größte Minus mit 7,2% Punkten dastehen und die Linke steht mit minus 6,2% Punkten da. Und das bedeutet, dass man sich mehr als halbiert, wenn man auf den Stimmenanteil blickt. So und jetzt wird es spannend. Jetzt schauen wir auf die Sitzverteilungsprognose und da kann es jetzt zu einer Besonderheit kommen. Schauen wir erstmal auf die Sitzverteilungsprognose bezogen auf die 88 Sitze, die es regulär im Landtag gibt. Und 45 sind für die absolute Mehrheit nötig. Das BSW kommt auf 16 Sitze, die SPD auf 19, die Grünen auf 7 und die Freien Wähler kommen auf 3. Ich gebe den Freien Wählern tatsächlich das eine Direktmandat, das sie das letzte Mal auch geholt haben. Wir schauen aber gleich mal auch auf den Fall, was wäre, wenn die Freien Wähler dieses Direktmandat nicht holen würden und unter 5% würde scheitern würden. Aber sobald eine Partei ein Direktmandat holt, wird sie bei der Sitzverteilung mit dem Zweitstimmenergebnis berücksichtigt. Also drei Sitze sind es dann für die Freien Wähler. Dann haben wir die CDU mit 18 Sitzen, die AfD mit 23 Sitzen und ja, zwei Sitze können nicht zugeteilt werden. Die entfallen dann noch auf BSW, Freie Wähler, CDU und AfD. Da kann jede Partei noch maximal einen Sitz holen. Wenn wir dann auf die realistischen Koalitionsoptionen blicken, dann sehen wir, dass es eventuell für die aktuell amtierende Koalition bestehend aus SPD, CDU und Grünen reichen könnte. Die Kenia-Koalition kommt auf 44 oder auf 45 Sitzen. Also entweder reicht es knapp nicht oder es reicht tatsächlich knapp für die absolute Mehrheit. Ansonsten geht als einziges, naja, realistisches Bündnis, das Bündnis aus BSW, SPD und CDU. Und da wird dann aller Voraussicht nach die Stärke dieser drei Parteien auch dem Ministerpräsidenten stellen. Deswegen ist dieser zweite Rang ein sehr wichtiger bei dieser Landtagswahl. Aber womöglich kommt es zumindest, was die Stärke der einzelnen Fraktionen betrifft, doch noch ein bisschen anders. Denn es ist ja so, dass die AfD sehr wahrscheinlich mehr Direktmandate holen wird, als sie an Sitzen haben darf nach dem Zweitstimmenergebnis. Und dann kommt es zu Überhangmandaten. Und in Brandenburg gibt es eine besondere Regelung. Eine Partei darf zwar Überhangmandate haben und es gibt auch Ausgleichsmandate, aber der Landtag darf unter diesen Umständen nicht mehr als 110 Sitze haben. Und würde man jetzt der AfD zum Beispiel 35 Direktmandate geben, das hat nämlich die Wahlkreisprognose im Juni 2024 für die AfD ermittelt, dann bräuchte man mehr als 110 Sitze, damit diese Überhangmandate auch alle ausgeglichen werden. Und da es nicht über 110 Sitze geben darf, ist es dann so, dass einige Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Mit anderen Worten, wenn man das Ganze mal berechnet auf Basis von 110 Sitzen und die AfD bekommt alle Direktmandate, denn die Direktmandate sind sicher, dann ist es so, dass SPD und CDU auf 22 Sitze kommen, dass BSW auf 19 Sitze kommt, die Grünen auf 8 und die Freien Wähler auf 4. Und dann ist es so, dass die Kenia-Koalition nicht über eine absolute Mehrheit verfügt. Denn ja, die AfD verfügt dann über klar mehr als 23,5 Prozent der Sitze, was eben daran liegt, dass ein Teil der Direktmandate nicht mal ausgeglichen wird, also ein Teil der Überhangmandate nicht mal ausgeglichen wird, weil ja diese Sitzzahl auf 110 gedeckelt ist. Ja, und dann bleibt nur noch als realistisches Bündnis, BSW, SPD und CDU übrig. Also, das macht das Ganze nochmal brisanter und noch spannender, was das Rennen um Rang 2 betrifft. Und noch krasser wird das Ganze, wenn wir mal die Freien Wähler rausrechnen. Wenn wir also sagen, die kriegen kein Direktmandat und schaffen nicht, die 5 Prozent zu überspringen, dann würde es nach der Sitzverteilung berechnet auf 88 Sitze für die Kenia-Koalition reichen mit 46 Mandaten. Aber wenn wir mal 35 Direktmandate für die AfD annehmen und diese 110 Sitze als Deckelung beachten, dann reicht es eben für die Kenia-Koalition womöglich knapp nicht. Und dann läuft das wieder auf BSW, SPD und CDU hinaus. Also, das eine ist, selbst auf 88 Sitze berechnet, das kann man ja hier auch nochmal sehen, ist es schon eine enge Kiste für die Kenia-Koalition und was Koalitionsoptionen betrifft schon nicht so einfach. Und wenn man jetzt diese Sonderregel in Brandenburg beachtet, dann wird das Ganze nicht leichter, sondern eher noch komplizierter. Und so kann es sein, dass am Ende die Kenia-Koalition nicht über eine absolute Mehrheit verfügt, weil die AfD zu viele Direktmandate holt im Vergleich zu dem Zweitstimmenanteil, den sie erreichen wird. Also, es wird sehr, sehr spannend in Brandenburg. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es für die Kenia-Koalition reichen wird, hm, das ist schwer abzuschätzen. Die Linke hat ja auch noch Chancen, in den Landtag einzuziehen. Also, es wird auf viele verschiedene Dinge ankommen, ob es reichen wird oder nicht. Tatsächlich muss man eher den Blick darauf wenden, eine neue Koalitionsoption einzugehen und in Betracht zu ziehen. Und da spielt eben das BSW dann doch eine sehr wichtige Rolle. Ja, das soll es für heute und zu diesem Video gewesen sein. Und wie üblich setze ich am Ende dieses Videos einen Punkt. Und wie üblich setze ich am Ende dieses Videos einen Punkt.